Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem aller, aller, oh Gott, amazing, zu meinem aller, aller neuesten Tutorial, was ich wieder nur für euch gemacht habe. Ihr merkt schon, ich habe wieder so geile Laune heute, mein Ton perfekt, um nicht zu sagen, perfekt, oh man, fucking perfekt. Das liegt zum einen daran, dass ich meine Augenbrauen frisch gezopft habe, aber noch viel mehr liegt es an euch. Ihr werdet euch jetzt fragen, wie an uns? Ja, an euch. Und zwar habe ich nämlich mittlerweile über 280.000 Abonnenten. Deswegen wollte ich nämlich mal an dieser Stelle ein ganz, ganz großes, lovely Dankeschön loswerden. Und für alle die, die noch nicht Abonnenten sind, hier oben abonnieren, abonnieren und hier unten ganz wichtig, kommentieren, Daumen nach oben. Und dann wäre es ganz, ganz, ganz super toll lieb von euch, wenn ihr mir auf Twitter und Facebook noch folgen würdet. Das blende ich dann hier noch irgendwo ein. Oh mein Gott, jetzt hätte ich es fast vergessen, falls ihr das Video noch nicht favorisiert habt, unbedingt favorisieren. Favorite, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und Daumen nach oben, nicht vergessen, unbedingt, unbedingt Daumen nach oben und favorisieren. Aber genug erstmal. An der Stelle, dadurch, dass mich wirklich so viele User per PN angeschrieben hatten, Samy, wie machst du das denn mit deiner reinen Gesichtshaut? Wieso siehst du immer so gut aus in deinen Videos? Habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und ich wäre nicht Samy, wenn ich euch nicht helfen könnte. Deswegen möchte ich euch heute mein echt aller, aller, aller größtes Geheimnispreis geben. Dabei handelt es sich um eine Gesichtsmaske. Ich persönlich wende die ungefähr, ja, drei bis vier Mal im Jahr an. Aber wenn man das gerne will und man das irgendwie mag, kann man das auch gerne öfters noch machen. Ich persönlich finde das nicht so schlimm. Ich mag das und mich stört das auch nicht. Ja, und dazu braucht man einfach nur eine handelsübliche Schüssel aus dem Baumarkt oder die gibt es auch in jedem Haushaltswarenladen. Ja, und die stellt man dann halt einfach in die Toilettenschüssel und kackt dann halt da rein. Und dann nimmt man die Schüssel einfach wieder und kann die zum Waschbecken oder so hinstellen. Und dann kann man einfach auch schon mit der Behandlung beginnen. Das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen. Ich weiß nur, ob man das sehen kann. Ja, es sind zwar noch ein bisschen gröbere Stücken drin, aber mich stört es jetzt nicht unbedingt. Wer will, kann die gerne noch ein bisschen zerdrücken. Und ja, so Leute, also ich zeig euch das jetzt einfach mal, wie man das am besten aufträgt. Und ja, ganz wichtig, abonnieren, kommentieren und folgt mir auf Twitter, Facebook, egal wo. Hauptsache meldet euch an. Erstellt euch am besten 20 Accounts und abonniert mich dann. Ja, und am besten auf Facebook teilen, alles teilen, meine ganzen Videos teilen. Ja, also ich fang jetzt einfach mal an hier, meine Scheiße hier aufzutragen. Also ihr geht da jetzt einfach mit der Hand hier rein. Und ja, fang da einfach irgendwo an. Ich fang meistens hier an der Seite an. Hier ist dann... Das riecht zwar ein bisschen, aber mich stört das nicht mehr. Ähm, ja. Trag das am besten überall auf. Schön gleichmäßig. Und äh, wenn hier irgendwo größere Stücken dabei sind, dann zerdrückt die oder ähm, sucht die raus. Je nachdem, wie ihr das gerne wollt. Ja, und vor allen Dingen auf die Nase und äh, ganz wichtig auch die Lippen. Für spröde Lippen ist das auch super, super gut. Äh, ja, also ich merke schon förmlich, ähm, wie die Vitamine von dem Obst und Gemüse in meine Haut reinziehen. Das ist einfach so geil. Super, super, super geil. Also ich kann das echt nur jedem weiterempfehlen. Das ist einfach der Hammer. Ja, also wer das immer gemacht hat und den, den stört es auch nicht mehr, dass es irgendwie, äh, ein bisschen riecht oder so. Das ist völlig egal und ja, äh, äh, dann nehmen wir noch ein bisschen was, äh, so, äh, am besten schön unter die Augen noch. Genau, so. Und, ja, die Nase noch schön, ja genau. So. So, nehmen wir noch ein bisschen was. Also, es ist einfach mal geil, äh, das Gefühl, ja. Äh, so erfrischend, ne. Äh, noch ein bisschen leicht warm. Die ganze Scheiße. So, oh, jetzt ist ein bisschen weggegangen. So. Die Ohren nicht vergessen, ja. Ganz wichtig. So, schön. Ja, fein. So, ist das wunderbar. Die Stirn. Ja, und am besten, äh, ganz wichtig, vielleicht doch noch ein bisschen, so, äh, der Haareinsatz. Den sollte man auch noch richtig schön, äh, einmassieren. Und wer das gerne möchte, das ist auch, äh, 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 ganz gut für die Haare. Kann man ruhig noch schön ein bisschen auf die Haare mitmachen. Ja, und ihr seht, ich hab jetzt schon fast hier alle Stellen bedeckt. Also, das ist wirklich eine Sache von einer Minute, oder wenn es jetzt noch zwei Minuten waren. Ich weiß es immer so genau. Ich hab jetzt nicht mitgezählt, oder so, ja. Äh, ja, an der Stelle gerne nochmal abonnieren. Auf jeden Fall, ähm, ja, der Haar ist natürlich. So. Also, ihr seht schon, ich strahle wie Sau, weil das ist einfach nur so hammermäßig geil. Also, wie gesagt, ich kann es einfach nur, äh, empfehlen. Zum, empfehle es weiter an alle eure Freunde. Ja, das ist echt das Beste. Die Scheiße Maske. Es geht über nichts. Also, wirklich. So. In die Haare, und ja. Ähm, so, wenn ihr dann fertig seid, mit dem Auftragen, wenn ihr dann alles schön gleichmäßig verteilt habt, und, äh, auch schön in die Ohren nochmal reingegangen seid, weil, ja, Haut ist Haut, ne? So, äh, wunderbar. Wer das gerne will, das mach ich persönlich nie, die, äh, die Augen erstmal zu, und dann, äh, noch total über die Augen drüber. Wer das gerne mag, kann das gerne tun, äh, ja. Und ansonsten, ähm, muss die Maske, wenigstens, äh, zwei Tage, ähm, dranbleiben, ja, und definitiv erstmal so, zwei Stunden lang aushärten. Ja, am besten ist es, man, 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 man macht das ganze abends, ja, weil dann kriegt man von dem Leid, äh, erstmal weniger mit, wenn man dann so, erstmal, wie ich immer so, 16 Stunden schlaf, oder so, das passt schon. Ja, und zum Ende, ähm, wickelt man sich, bevor man ins Bett geht, ähm, einfach mit Alupol ein, so, und dann auch an. So, vielleicht ein bisschen mehr. Oh, wieder abgegangen. Macht jetzt. Ein bisschen mehr. So, das ganze noch, so, das ganze noch schön festdrücken, und, ja, ähm, jetzt kann man sich einfach nur noch ins Bett legen, und, ja, schlafen, und, ja, Leute, ich hoffe, euch hat mein, ähm, Tutorial gefallen, und, wer noch mehr solche Tutorials von mir haben wird, schreibt einfach Sammy unten in die Kommentare, und, auf jeden Fall, äh, bitte, abonnieren, favorisieren, schickt das Video unbedingt zu euren Favorites hinzu, ganz, 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 ganz super wichtig, Tschüssi, euer Sammy. Take this out. Outro 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 Outro